Wissen zum Angeben. Wir alle kennen den Spruch, das ist voll 0815. Aber woher kommt der Spruch eigentlich? Der Spruch geht zurück auf den Ersten Weltkrieg. Dort wurde nämlich von den deutschen Soldaten das MG 08 aus dem Jahr 1915, also das MG 0815, Maschinengewehr genutzt. Wie es genau zur Redewendung kam, darüber gibt es verschiedene Geschichten. Zum einen, weil das Gewehr schnell und massenhaft produziert wurde, darunter aber die Qualität gelitten hatte. Zum anderen, weil das 0815 das erste Gewehr war, welches im ganzen Land genutzt wurde. Davor hatte jeder Landesteil quasi sein eigenes Standardgewehr. Und die dritte Geschichte sagt, dass das MG 0815 auch im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz kam, dort aber natürlich schon total veraltet war. Welche Geschichte auch immer stimmen mag, der Spruch kommt auf jeden Fall aus der Kriegszeit.